Was geht ab YouTube? Ich hoffe euch allen geht's gut. Wir reagieren heute auf Smash or Pass, Frankfurter Edition. Einfach der Kameramann von Pumping Monkey und der Cutter hat einfach selber jetzt angefangen mit diesen Videos in Frankfurt. Das ist geistkrank. Ivo löst auch in Zukunft BZ ab und Sandro löst dem BZ auch den Mler ab. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like und ein Abo da. Viel Spaß mit dem Video. Let's go. Ich bin heute nicht alleine. Ich habe heute bei mir einen Pflichtverteidiger. Der wird das Ganze mit kommentieren. Es geht. Es geht. Wer bist du? Scheiß Fahres. Willkommen zu unserer Show. Und das ist Tinder bei Luan. Smash or Pass bei mir. Auf jeden Fall. Es wird Zeit, die Jungs zu filmen. Und jetzt die Ladies. Okay. Einfach drei Teilnehmer. Wie viele Männer waren das? Fünf? Drei Jungs, drei Mädchen. Achso, ja, ist okay. Wir fangen an. Ja, und zwei davon kennt man schon. Was geht? Nichts bei dir. Wer bist du? Ich bin Isa. Was geht Isa? Nichts bei dir? Auch nichts. Weißt du, was du machen musst? Smash or Pass. Ja, okay. Bist du bereit? Ja. Oh, Tamir. Hallo? Ja. Wer bist du? Samantha. Samantha. Sag Hallo zu Samantha. Hallo, Samantha. Hallo. Kennst du Isa? Nein. Dieser nette Herr ist Isa. Sagst du zu Isa Smash oder Pass? Pass, der ist mir zu klein, weil ich bin größer als er. Das geht nicht. Das ist auch nur größer. Ist doch egal. Nein, nein, nein. Der ist auch jünger als ich. Das geht nicht. Wie alt bist du? Fünfzehn. Das ist so Tinder-Kindergarten-Version. Ja, ja. So YouTube-Kids-Edition. Ja, ja. Tinder-Kids. So. Mal gucken. Alter, das ist gar nicht gut, Bruder, ne? Mal gucken. Mal gucken. Überleg mal, guck mal, die Teilnehmer werden immer jünger, ne? Ja. Überleg mal. Fünfzehn. Okay, okay. Guck mal, ja. Ähm, die sagt, du bist zu klein und bist wahrscheinlich jünger als sie. Bin ich auch so, aber... Wie alt bist du, Bro? Vierzehn. Ah, okay. Dann machen wir mal weiter, okay? Ich schwöre, der ist aber süß. Der ist süß, Bruder. Okay. Hallo. Hallo. Wer bist du? Tami. Tami und Samantha. Ja. Okay. Ihr müsst jetzt den Isa bewerten, ob er Smash oder Pass ist. Wo ist das? Der. Neben Steve Urkel. Ist er Smash oder ist er Pass? Der könnte so ein kleiner Bruder sein, aber der könnte kein Freund sein oder so. Boah, das ist jetzt ihre Meinung. Was ist deine Meinung? Hast du direkt seinen Blick gesehen? Der dachte direkt so, geil, Fitna, Klicks, Bruder. Und der Backgrund, der läuft, Junge, der rollt. Ja, ich kann nicht. Boah, sie redet wie Transformer dann. Warte, was? Das war ihre Stimme? Das ist ihre Meinung. Was ist deine Meinung? Und der Backgrund, der läuft, Junge, der rollt. Ja, ich kann nicht. Boah, guck dir mal an. Wer will was von ihr? Boah, du bist nett, du bist nett. Fester Mann. 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 Also, ich hab ne Krankheit, der ist eigentlich gar nicht schluss. Oh. Oh. Okay, dann sorry. Dann sorry. Das wusste man natürlich nicht. Ups. Fester Mann. Fester Mann. Aber guck ich mir an, Junge, mit deinen Schloppen, mit deinen Halben Fuss, Digger. Ey, gründem doch mal, der sind besser aus, als du. Gündem doch, der sind besser aus, als du. Schäme will eine Fungbuss. Lass mal. Bruder, das Video ist so chaotisch. Einfach die streiten sich im Hintergrund und... Bruder, nein, 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 nein. Ah! Ah! Was ist los? Ah! Emre. Was? Oh, Emre mit 20 Kilo mehr. Aber gleiche Größe. Was laberst du? Was laberst du, Junge? Ich schwöre. Der schwört sogar. Ey, sieht der nicht von Seite ein bisschen aus wie Emre? Er schwört sogar. Was soll ich machen? Egal, scheiß drauf. Nächstes Mal. Die waren eh nicht rein. Ich bin eh nicht von der Bass, Junge. Guck dir mal an, Junge. Woollah. Wie sind die denn aus? Hässlich. Guck mal, guck mal bitte. Woollah, die P-Fing, die soll, die soll, diese P-Fing soll in der rein. Die P-Fing soll in die rein. Aber was für woollah, woollah, was ist das? Red mal gescheit, Junge. Lärm mal halt diese Hausten und so, ehrlich. Hier, warte, wir gehen weiter. Sorry, Bro, das war nicht so. Du warst G, du warst G, Bro. Du warst G. Aber guck mal, die Leute geben denen auch noch Zuspruch, ne? Du warst G. Weißt du was, ich mein, die geben denen auch noch Zuspruch. Und der Kleine mit 14 denkt, boah, geil. So YouTuber, weil für kleine Kids sind YouTuber immer so was Besonderes. Und wenn die dann diese Richtung geben, Bruder, ich küsse dein Herz. Ja, die pushen die einfach weiter. Die pushen die im Falschen, so, weißt du? Was geht? Was geht ab euch? Ja, nichts. Video machen. Du bist ja schon wieder dabei. Leute fragen sich, warum ich immer dieselben nehme. Leute, die Kommentare sind voll mit den zwei. Natürlich nehme ich die mit. Natürlich. Ihr hasst sie alle, deswegen nehme ich sie. Wer bist du? Playa, der Mächtigste. Wie? Wie, wie? Nochmal, nochmal. Playa, der Mächtigste. Playa. 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 Du weißt ja, wie der Hase läuft. Soll ich bei Pink oder bei Blau anfangen? Ähm, Blau. Samantha? Ja. Samantha muss jetzt gegen Playa. Ja. Und wie finde ich den Playa? Smash oder Pass. Smash oder Pass bei Playa? Also ich habe seine Zayno-TikTok-Videos machen mit Nike Pro. Wo kommst du bei jetzt her? Ich habe seine TikToks gesehen, so. Und das mit Zayno und so ist schon ein bisschen peinlich, deswegen Pass. Ich kenne den nicht, aber seine TikToks. Nein. Nein. Nur wegen TikToks? Ja. Du hattest gestern die Chance Zayno zu sehen. Warum hast du sie nicht genutzt? Vielleicht. Wer weiß. Vielleicht habe ich die getroffen mit der. Nein, aber am Ende, der hat irgendeinen schlechten Ruf oder so. Nein. Hat der schon sowieso. Du hältst mir deine F*** aus an irgendeiner Ecke. Du Pickels***, Bruder. Deine Mutter mal fitter als meine Titten. Du F***. Isa, ich würde ganz deine F***en, okay? Wir wollen nicht sagen, was über dich gesagt wird. Ehrlich so. Ungeschminkt. Die sieht aus wie mein Onkel auf Heimat. Scheiße. Ey Bruder, was lahm hast du da? Oh, Junge, ja. Hier komm, leck ab, leck ab, leck ab. Mach dich nützlich. Mach dich nützlich. Komm, lapp. Ich leck gar nix ab. Jetzt komm ich auf Boden hier. Für Spucke. Für Spucke. Lach nicht. Lach nicht. Mach dich nützlich, ja. Mach dich nützlich. Ey, wieso dürfen diese zwei Mädels eigentlich bei dem Video mitmachen? Die sind doch unter 14 oder so. Wieso darf dieser Isa mitmachen? Was weiß ich, Bruder, frag mich doch nicht. Bruder, wie kann dieser Content immer noch online sein? Ich küsse deinen Herrn. Wir hatten einmal ein Musikvideo gedreht, da mit Italien. Bruder, einen Tag später war da direkt ein Kommentar drunter. Weißt du, was ich mein? Und das war ja nicht mal was Negatives. Das war ja sogar was Cooles, weißt du? Leute haben sich freiwillig dazu entschieden, da mitzumachen. Wir haben die ja nicht bloßgestellt. Aber hier Leute werden ja bloßgestellt. Er muss lachen, weil er sich selber nicht ernst nehmen kann. Ich sag dir ganz ehrlich, warum Spucke? Nein, nein. Wirst du ein Lama? Nein, nein. Was? Wirst du ein Lama oder warum Spucke? Sag mal ehrlich. Mit ihrer Anne haben wir zusammen Dreier. Ey, also würd ich auf die Mutter gehen, ne? Mach alles, aber geh nicht auf die Mutter. Ich sag dir ganz ehrlich. Meine Mutter ist Adidas. Nein, aber das ist ein anderes Ding. Was? Deine Mutter ist Adidas. Die Arme. Oh, das geht runter. Das ist ganz unten. Ganz weit unten. Wir gehen weiter. Die Arme, Bruder. Player. Samantha war nichts für dich. Wir fangen jetzt an bei... Tami. Tami? Ich weiß nicht. Der ist auch irgendwie aufdringlich, ne? So, der will unbedingt was aus den rausquetschen aus den Leuten, ne? Man merkt das nicht. Der will auf hart so wirklich diese, wie bei Pumping Monkey diese Momente haben, damit die viral gehen. Nee, nee. Ich glaub, Zeno würde ihn smashen, aber ist uns kein... Safe. Also ist okay, aber sein Ruf ist schon ein bisschen verloren. Ehrlich so. Guck mal, seine Haare! Die stehen überall! Überall! Ich verabschiede... Ja, aber dafür kann er nix. Ich verabschiede mich. Er kann natürlich... Wir machen's anders. Was ist euer Typ? Ähm... Wir fangen da an. Leitzkin. Er muss Nafri sein. Also ist egal, aber halt... So, egal. Ja, okay. Türken. Nein, Leitzkin. Nein, Leitzkin. Nein, Leitzkin. Oder erst mal das Beck hier aufs Angelop, oder? Guck mal, wie die aussieht. Guck mal, die redet was von Haaren. Guck mal, deine Füße sind nicht mal richtig gepflegt, Alter. Mach... Lackier mal... Lackier mal richtig. Lackier mal. Zeig mal, ihr Rüß. Leider auf! Ey, ey, kein Fuß-Content. Kein Fuß-Content. Ich soll froh sein, dass jemand mit mir reden darf. Mehr sag ich nicht. Ich soll froh sein mit ihm. Hey! Mein Highlighter geht weg, Leitzkin. Mach dein Mund zu Tami! Guck mal, wie du aussiehst! Ich schaff mir doch das mehr schminkt im Gesicht als der E-Moflag hat! Oh, Jungs! Spann, Leute! Du wirst ruhig ges... Du wirst ruhig ass... 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 Die Videos aus Frankfurt waren so, ähm, der größte Bestandteil, dass die prozentuale, äh, den ganz auf jeden Fall hochgegangen ist, ne? Muss man sagen. Da! 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 Wirst du nirg mal reden, bitte! Bitte mit deinem Papillon-Use oder was du hast! Die Papillon-Use oder was du hast! Die Papillon-Use oder was du hast! Äh! Ah! Geh einfach deinen Astronautenanzug weg! Geh einfach mit deinen Astronautenanzug weg! Äh, Astronautenanzug hast du doch an! Äh, äh, Astronautenanzug! Ich komm nicht mehr mit! Error! 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 Wir gehen weiter! Leute! Jetzt kommt die meistgehasste Person aus Frankfurt! Macht euch bereit! Macht euch bereit! Was geht? Nichts bei dir? Ja, auch nichts! Du hast ja mitbekommen, was hier abgeht, ne? Ja, Mann! Als Vater von Frankfurt, ich weiß nicht mehr, was hier abgeht, Digga! Deswegen bin ich auch hier, um die Lage zu regeln! Aber, da seh ich hier zwei Rapunzel, Alter! Egal, wir gucken mal weiter! Wir gucken jetzt! Bruder, ich kann diesen Typen nicht mehr sehen, ne? Ey, warum geht dieses Video so lange, Digga? Er ist in jedem Video maximal ungegangen, Bruder! Soll ich anfangen? Äh, ist egal! Links! Sag doch was, bitte! Ich sag nichts zu ihm, er ist nicht mein Typ! Smash oder Pass? Pass ist nicht mein Typ so, aber ich glaub für andere könnten ihn hübsch finden, sag ich ehrlich! Heißt du nett? Ich bin immer nett, immer! Ich hab nur 26 Zerfalt dabei, ich bin ein netter Mensch! Ich hab Angst, was auf mich dazukommt, deswegen ich sag nichts! Das ist dein Untergang, egal wie du bist! Ich sag nur so! Dann kann ich aber auch sagen, weil ich denke, oder? Dann denk doch, was du sagst! Äh, sag doch, was du denkst! Halt mich lieber zurück! Nein, sag ich! Nein, nein, nein! Okay! Hau raus! Deine Schuld! Sag sie! Ey, der ist nicht mein Typ, aber andere können ihn hübsch finden! Alle, Bruder, mit deinen Glecken, alle... Haare geleckt von meinem Esel, with deine Backen, du Pakistanerin allez... einfach falar aus Pakistan, with deine Backen, irgendwie march... Apa! Wow, ich kann das nicht, ey! Aaahäääääääääh! Einer denkt der rappt gerade, Einer denkt er hat Spruch des Jahrhunderts gedroppt! Parkins... hä... Tot Bruder, ja, toter Typ! Rohde, hoeeihmar ihre Nägel! Juh-oh, juh, 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 juh! Was? Ohrfeige! Was? Keine Kla*****! Geh mal abnehmen! Geh mal abnehmen! Geh mal abnehmen! Ich fette! Geh mal abnehmen! Geh mal abnehmen! Geh mal abnehmen! Wo ist die Ecke? Wo ist die Ecke? Zeig mir die Ecke! Wo ist die Ecke? Mit deinem Ohrring an der 5 Meter lang geschkackt! Einfach hier legt einfach so schwingen und halt deine Pucklinge an der Ecke! Wo kommst du her? Äh von nirgendswo! Irgend so eine Ecke! Warte! Hast du Gebärdensprach da? Was machst du mit deinen Händen? Warte! Was seh ich denn da? Was jetzt? Ich guck mich an! Boah! Nein! Ich liebe mich! Hier warte! Ich liebe mich! Siehst du das? Ich schaff nicht! Alhamdulillah! Sag was du sagst! Äh Bruder! Hä? Ich kann mir den Scheiß nicht geben oder so! Alhamdulillah! Gott hat mich so gemacht! Hä? Wieso urteilst du dann über kleine minderjährige 14-jährige so? Obwohl du schon volljährig bist! Was Bruder! Du bist die größte Blamage dieser Typ! Ich kann jetzt mal nirgendspüchea... Ich kann jetzt mal nirgendspüchea.... Das Ding ist doch der Typ der das Format macht ne! Dieser Luan, der macht ja die ganze Zeit Faxen bei den Mädchen mit diesem Mikrofon im Mund, ne? Mach das doch mal bei den Jungs, deine Faxen, weißt du? Die ganze Zeit, Bruder, wenn du das machst, dann mach doch vernünftig, Bruder. Ich sag doch, der macht das maximal unangenehm. Der positioniert sich auf der Seite der Jungs so und stellt die mit los, Bruder. Dann machst du als YouTuber von Anfang an deine Show ja gar nicht richtig, Bruder, weißt du, was ich mein? Entweder um Blumere! Zahn, guck nach Paxen, ein Zahn, guck zu Afrika, alle, hab mal deine Backen, Junge, was ist das, Junge? Ein Zahn, guck zu einen da, mach die Bricknets, Junge, was ist das für Zähne, alle? Guck dein Hähnchen auf dein Ding an und dann kannst du weiterreden, ja? Ein Hähnchen? Guck dein Hähnchen an, du halb! Einfach, einfach die Fronted-Frankreich-Trikot, das war's komplett. Guck mal dein Hähnchen an. Guck mal dein Hähnchen an. Warum bist du so weiß? Hast du ein Tippex gemacht? Was ist da los, alle? Ich bin mit Stolz, weiß, Dankeschön. Warte mal auf dein Gesicht, alle, auf dein Gesicht, alle. Du hast Löcher in deiner Hoseweide über den Boden gezogen, wo das sei leise, sei leise! Deine Mutter hat nicht mehr Tonnado-Kick von der Wicke. Ey, von wo hast du deine Schuhe gekauft? Sag mal ehrlich, ich fand dabei, Gehr! Was sagst du dazu, er stört uns? Mach mal Musik aus! Du störst uns! Ey, bei Gott sind wir jetzt hier mit deinen Oma in den Schuhen! Ey, schlag den Oma an, Junge, was will der jetzt? Nein, nein, ich mach dein F***! Warte, das ist so Hintergrundmusik! Tanze direkt so! Tanze so wie eine L*** tanzt du! Wie eine L***! Ja, bei Gott! Wie eine L***! Guck dich an, du... Schöpf mal, du... Weißt du, was ich mich, äh, frage? Wie diese Leute im Alltag durch Frankfurt noch laufen. Ob die erkannt werden, wie die erkannt werden. Ach, die schehen sich doch nicht, Digga, das juckt die doch gar nicht. Meinst du? Ich glaub, die geilen sich sogar darauf auf, ne? Wenn die erkannt werden. Bruder, ihr wer... Ihr kriegt falschen Fame, meine Leute. Ihr kriegt falschen Fame, Bruder. BDW, w levels der M bulk. Du bekommst, Alter. Ich hab deine Mutter gepftnt! Komm, lasst mich... ük-gen, lasst mich... 3. Zentur, j Guck mal, Bruder, ich hab eine... Boah, ich hab gar keinen Bock auf dieses Video, Alter. Bruder, du nimmst gerade Minderjährige und lässt ihre Mütter beleidigen. Gott weiß, ob du eine Zustimmung hast, dass die Leute überhaupt drinnen bleiben können. Also, das ist keine gute Arbeit. Also, dickes L an den YouTuber, ne? Also, dickes, dickes, dickes L an den YouTuber. Und dicke L an den, der im Chat vorgeschlagen hat, dass wir darauf reagieren. Der, der das vorgeschlagen hat, gibt dir mal einen dicke Time-Out, Bruder. Dicke Time-Out, Bruder. Ich glaub, beide schlucken... Ja, sei mal, Freund, deine Mutter hat sie nicht schlucken, Freund, Digga. Du hast bei deinem eigenen Vater geschnuckt, beträgt mich. Bei deinem eigenen... Du? Doch, kein Vater. Leben. Aber deiner gestorben ist doch der Sohn, der krebs hat. Der krebs hat, mein Vater. Riecht gut? Ja! Jetzt riecht besser. E, Digga. Voller Popel. Leute, der kleine Talau. Würdest du sie daten? Best. Warum? Keine Ahnung. Ich bin eben nicht nur mein Typ. Soll ich mal fragen, ob sie dich daten würden oder Smash? Komm her. Talau. Der könnte mit meinem Bruder befinden, sein zu sagen, nein. Nein. Du? Hä? Würdest du Talau daten? Nein. Warum? Das ist nicht so... Guck mal, was... Guck mal, er ist... Er, ne? Er denkt auch, er ist geisteskrank lustig. Er setzt diesem kleinen Kroaten den Namen Talau nein. So, weißt du, was ich mein? Äh, 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 er setzt den diesen Namen auf. Weißt du, was ich mein? Bruder, er gibt einfach den Leuten so das vor der Kamera vor. Und, Bruder, er lässt bewusst die ganze Zeit diese zwei kleinen Mädels, äh, diskutieren, damit die fertig gemacht werden, Bruder. Geisteskrank. Mein Ding... Der Kleine hat mehr, äh, mehr Mädchen als du Jungs, Junge. Der ist, der ist genauso groß wie du. Der ist ein Playboy, den ich kenne. Der ist immer noch ein Playboy, gell? Der hat gerade eine Mutter ge... Ey, komm mal auf meine Mutter zu gehen. Auf meine Mutter zu gehen, ich schaue auf alles, Digga, du gehörst auf alles aus, auf meine Mutter und meinen Fass. Wo ist deine Sohlein? Wo ist deine Sohlein? Wo ist deine Sohlein? Dürre, Digga, dein Kopf und Hals sind miteinander verbunden, da ist gar nix, da ist kein Knochen, da ist nix. Gabi, halt deine Sohlein! Nein! Siehst du diesen Hübergang da? Siehst du diese Knochen da? Ein Geschnucks-Geseng, was du da machst, ey? Egal, wir machen weiter! Hallo! Ey, boah! Wie heißt du? Aleikum! Salaam! Na, boah, Aleikum, alles, Aleikum! Oder irgendwie schäme ich mich, das hochzuladen, ja. Ich frage mich, warum reagieren wir da immer noch drauf, Digga? Wir haben doch schon nach drei Minuten gemerkt, es ist ein Scheiß-Video. Weißt du, was du machen musst? Ja, mach es. Eigentlich musst du gar nichts machen. Du musst nur die Meinung von Ida hören. Bist du bereit? Ja, Bro. Samantha? Ja? Meinung von... Aleikum? Auch nicht mein Typ. Und der erinnert mich an einen Freund, deswegen... Ah, nein. Nein. Du erinnerst dich an einen Freund? Oh, Mann. Nicht meine Schuld, die hat der ganze Frankfurt, Digga. Ganz Frankfurt? Mal bei Offenbach dazu. Gar nichts, gar nichts von beiden, gar nichts. Also nein? Nein. Bei dir auch nein? Was, nein? Bei ihr nein? Auf gar keinen Fall. Dankeschön, Dankeschön. Du hast kein Idrisch und die hat auch keine Idrisch, die da, Junge. Die spuckt den an, Junge. Die sagt, ja, ist Tami, aber die ist aus wie ein Tommi, Digga. Was? Mit deiner Stimme, man denkt, du bist Tommi, nicht Tami, Digga. Ich hab ne Krankheit. Egal, Junge, Tommi, chill. Gute Besserung. Tommi, chill dich mal. Dankeschön. Egal, wir gehen weiter. Ah? Ich hab... Ich hab nix gehört, sorry. Aus welcher Ecke kommst du jetzt, Ale? Er hat gesagt, gute Besserung. Lass die in der Hand oder andere. Hey. Ich sag gute Besserung, ich sag gar nichts Schlimmes. Hör auf! Egal, egal. Tami. Ja. Oder Tommi, wie jetzt? Tami. Okay, Tami. Tommi, Helfinger. Tami. Okay, Tami. Tommi. Bei Aleko. Smash oder Pass? Nee. Nicht so meins. Du behalst dich noch mehr ins Gesicht. Ehrlich, so halt gleich mit meinem Mund rein. Ich würde gerne gegen dich schießen. Gegen mich? Okay, du packst Sachen aus, das will keiner wissen. Fadis, du hast alles verpasst. Was hab ich verpasst? Erzähl mal. Sie will ihn nicht smashen, weil er sieht aus wie ein Freund. Wie wer? Er sieht aus wie ein Freund. Zahnstocher haben, Alter. Du brichst in der Mitte durch, dass ihr euch eine Backfelf gebt, Alter. Du brichst da so durch, Alter. Hör doch mal auf. Jetzt ist erstmal dabei, was sag ich dazu. Bruder, die passen gar nicht zusammen, Bruder. Sein ich steh ehrlich. Die passen gar nicht zusammen. Bruder, das ist geisteskrank unangenehm, Bruder. Nein. Vielleicht bei Astral. Bruder, bei Pumping, Bruder, du hast auch diese Filme. Aber bei ihm ist es wenigstens noch so dieses ... Ich weiß, ich kann es doch unterscheiden von diesem Video. Weißt, was ich meine? Das ist wirklich ... Das ist richtig so Kindergarten. Das ist richtig Kinder. Also, Pumping hat auch so, Bruder, das ist schon so unter Gürtelinie. Aber, Bruder, das ist nochmal wirklich ... Also, Pumping macht seinen Job deutlich besser. Deutlich, Bruder. Strahlreise. Bei Pumping Monkey gibt es halt wenigstens noch ein paar Momente, da kannst du drüber lachen. Die findest du witzig. Ja. So, klar hast du auch unangenehme Momente. Aber hier ist alles so unangenehm und cringe, Bruder. Das Ding ist, der Pumping, der macht es nicht im Video unangenehm, weißt du? Er hält nicht extra im Mund und so, weißt du? Weil ich meine diese Filme. Er setzt den Leuten nicht irgendwie falsche Namen auf oder so. Aber das ist ... Ich kann das nicht ernst nehmen. Warum riecht ich hier nach Hasch? Weißt du, wie das riecht? Ich hab da gewohnt. Bei Hasch. Ja. Leute sind bei Hasch. Die hat den Parkhaus mitgenommen. Entweder da hinten oder da vorne in Gallus. Sie hat den Parkhaus Hasch mitgenommen, Junge. Sie hat den Parkhausıl, künstler. Hast du schon lach? Du hast eh alle, die geht ... Nach dem Video mit deinem Vater Matthias kommt, die geht ... EMo, was ist das Video? EMo! Dein Vater ist 1%60 groß du und dann ... lau! Schnell für mein Gehirn. Geil, ich schweh. Ich hab das Matthiasser, Spieler und das ist einfach ein kleiner Stock. Die gerne blonde Haare. Scheiße,cidaür habe ich! Ich hab Durst! Bruh, hab nur du fasses ... Brard, hab nur du fasses. G doubled! Man, fliegt schon! Mann. Brte ... Ich suche dich der besser als du. Lache. 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 Andere, Junge. Bruder, halt mal deine Fresse erstmal, wie man Schlägtopf macht. Ein Schlägtopf? Ich hab dir seit zwei Tagen. Lass mich in Ruhe. Ey, ich hab es auch. Egal. Sorry, Digga, dass du kein Wasser so hast, dein Haar zu waschen. Natürlich war es seit zwei Tagen, Junge. Dein Haar wurde von deinem Esel abgeleckt, Junge. Ja, okay. Okay, okay. Es tut mir leid, Schatz. Es tut mir leid. Also dickes L an den YouTuber. Dickes L an den im Chat, der das vorgeschlagen hat, Bruder. Totes Video, Bruder. Totes Video. Bruder, ich schäme mich dafür. Einfach schlechte Laune bekommen, ja. Wow. Oh. 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 Oh, oh. 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 Oh, oh.